Wie unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, entließ der Chef der Firma Better.com kurz vor Weihnachten 900 seiner Mitarbeiter. Lichal Garg, CEO des Unternehmens, lud diese Mitarbeiter in einen Videocall ein, um über aktuelle Themen zu sprechen. Dabei verkündete er die harten Maßnahmen. In dem Gespräch sagte er nur, Zitat, Wenn Sie in diesem Call sind, sind Sie Teil der Gruppe, die Pech hat. Ihr Arbeitsverhältnis endet mit sofortiger Wirkung. Er begründete seine Entscheidung unter anderem mit der schweren Lage am Markt und Problemen der Effizienz des Unternehmens. Er beschuldigte seine Mitarbeiter effektiv nur zwei Stunden am Tag zu arbeiten und so ihn und die Kunden zu betrügen. Zuvor hatte Garg seine Mitarbeiter in einer Mail heftig beleidigt. In der Nachricht, die Forbes vorliegt, beschwerte er sich über die Arbeitsmoral seiner Angestellten. Zudem schrieb er, Zitat, Ihr seid zu verdammt langsam, ihr seid ein Haufen von Delfinen, also hört damit auf, ihr beschämt mich. Ob arbeitsrechtliche Schritte seitens der Mitarbeiter unternommen werden, bleibt abzuwarten.